Guten Tag, ich würde gerne diese Kamera hier kaufen und ich zahle mit Kreditkarte, der Umwelt zuliebe. Alles klar, seien Sie mir nicht böse, aber was weiß denn die Jugend von heute schon von Umweltschutz? Na ganz einfach, ich zahle mit meiner AWA 7 Kreditkarte. Ach ja... Oh, jemand in Deutschland hat etwas gekauft. Zeit, einen Baum zu pflanzen. Und das heißt... Na so konsumiere ich umweltbewusst. AWA 7 ist somit die grünste Kreditkarte, die es gibt. Außerdem hat die Karte noch viele weitere coole Features. Und die wären? Beispielsweise kein Mindestumsatz, keine Fremdwährungsgebühr und Google und Apple Pay werden unterstützt. Bewusster Konsum also, das finde ich ausnahmsweise mal gut. Wo kann ich mir denn so eine Kreditkarte bestellen, Junge? Klick einfach auf den ersten Link in meiner Bio. Oh, da hat schon wieder jemand was gekauft. Und noch einer. Leute, die hören hier gar nicht mehr auf, wir brauchen mehr Schaufeln.